Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollte ich einfach mein kleines Thema ansprechen, nämlich ich habe die 2500 Aufrufe auf meinem Kanal erzielt und ich wollte mich einfach mal bedanken bei euch und ja ich wollte jetzt einfach das nicht so herauszögern gewissermaßen, ich wollte das einfach nur klipp und klar rausbringen ohne irgendwie ein Gameplay oder sonstiges, weil ich finde sonst kommt das irgendwie unseriös oder keine Ahnung. Ich wollte mich einfach nur für die 2500 Aufrufe auf meinem Kanal bedanken und dann würde ich auch mal sagen, was ist noch mit dem Video, ich hoffe es euch gefallen, wenn ja, lasst einfach eine kleine frische Bewertung da, wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.